Stark ins Leben? Na klar! Stark ins Leben ist eine Workshop-Reihe für Schülerinnen und Schüler im Saarland. Die Fick macht für Schule, Studium, Beruf und... naja, fürs Leben eben. Wozu das gut sein soll? Hier bekommst du Antworten von dem Unternehmer Prof. Dr. Peter Theis. Zu seiner Firmengruppe gehören Marken wie zum Beispiel Allgäuer Latschenkiefer, Lackalut und Medi-Pharmakosmetics. Jürgen Müller, Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Referent bei Stark ins Leben. Sandra Becker, Sportjournalistin und Referentin bei Stark ins Leben. Und Workshop-Teilnehmer aus Neunkirchen und Saarbrücken. Stark ins Leben heißt, du musst von innen heraus selbstbewusst sein. Du musst wissen, wie gut du bist. Ich selber wusste jetzt beispielsweise überhaupt nicht, was ich später machen soll, wo meine Stärken wirklich gelegen haben. Mein Workshop heißt Achtung, jetzt rede ich durch Reden überzeugen. Und es geht eben darum, wie man frei spricht, vor Publikum spricht und dabei nicht nur durch sein Wissen, sondern eben auch durch seinen Gesamteindruck überzeugt. Der Workshop Assessment Center dient als Vorbereitung für Auswahlverfahren und zur Stärkung der Persönlichkeit. Wir drei haben an dem Workshop Schatzkarte fürs Leben teilgenommen. Und hier bekommt man nochmal erklärt, dass es gar nicht so auf den Beruf ankommt, sondern auf noch viele andere wichtige Sachen in eurem Leben. Ich bin ja Unternehmer und ich beschäftige viele Menschen und auch viele Auszubildende kommen in unsere Firma. Und da gucken wir schon drauf, wie sich ein Mensch verhält, wie er von innen heraus, sagen wir mal, sogar strahlt. Dass er eigentlich weiß, wie er seine Fähigkeiten anbringen kann. Wir haben viel mitgenommen und es war für uns alle wirklich lehrreich. Die Schüler fühlen sich sicherer, selbstbewusster und sehr gut vorbereitet auch für kommende Assessment Center. Am Anfang haben ja viele Jugendliche erzählt, dass sie sich für den Workshop angemeldet haben, weil sie vor Referaten immer wieder Bauchvieh hatten. Am Ende halten sie dann vor den anderen Teilnehmern freiwillig eine Rede und haben keinen Bauchvieh mehr, sondern Spaß dabei. Es kommt nicht alleine auf die guten Noten an. Die sind selbstverständlich. Es kommt nicht nur auf den Fleiß an, sondern es kommt auch darauf an, wie man seine Fähigkeiten gefördert bekommt. Wie man noch etwas dazu lernt. Das macht ihr wirklich nur für euch. Nicht für eure Lehrer, nicht für gute Noten und auch nicht für eure Eltern. Die Kompetenzen, die ihr hier erlernt, habt ihr euer ganzes Leben lang. Für diesen Workshop gibt es keine Voraussetzungen. Jeder ist willkommen. Beim Workshop, wir alle hatten wirklich Spaß gehabt. Also es war definitiv schöner als Schule. Also es macht wirklich Spaß. Leute, macht auf jeden Fall mit. Das bringt euch total weiter. Wenn man an seine eigenen Fähigkeiten glaubt, wenn man selbstbewusst ist und mit dieser Ausstrahlung schafft man das Leben. Für die Teilnahme an den Workshops wirst du vom Unterricht freigestellt. Die Kosten übernimmt die Stiftung der Sparda-Bank Südwest für dich. Alle Infos bekommst du bei deinen Lehrern oder im Internet. Jetzt bist du am Zug. Wenn man so etwas geboten bekommt, dann sollte man das auch wahrnehmen. Ich wäre froh gewesen, wenn es zu meiner Schulzeit so etwas gegeben hätte. Mach was draus! Amplusik 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 Vielen Dank.